gegen Mogi oder alle hassen Mogi und ich bin Gil vielleicht ja na komm Mogi, wo bleibst du? also ich steh nicht direkt neben dir nein er steh doch nicht direkt neben dir, ich kann ihn sehen wo kannst du ihn sehen? ich hab ihn mir im Visier ehrlich? ja wie macht der kleine Schwuchtel das immer? dann sag mir mal, wo bin ich der Schwuchtel ganz ehrlich, wenn du hier runterkommst, ich donner dich direkt und du sanzt mich direkt, ja? ich direkt ok, ich glaub der ist hier fühlst du das auch im Mogi? ja ey, Leute wisst ihr was? warum das Videos von da hinten loslaufen direkt neben der Arena ist ein Geisterheiler Lappen ja nein, ist ja so, warum lassen wir uns denn immer von da hinten loslaufen weil der Geisterheiler für die Allianz ist und die Horde kriegt keiner? was sind das so klein? ey, komm mal in die Arena hier, zu mir zu mir zu mir zu mir zu mir zu mir genau warte, sammeln die auch nicht alle an oder was? nein nein würden wir doch nie tun da liegt sein Leichnam er ist da, er ist da, sein Leichnam ist verschwunden wo ist der? Geisterheiler ehrlich? ja doch ist er der ist hier oben ne, doch nicht wie Alter, ihr seid solche kleinen Spurzeln okay, geh mal, warte mal ihr wartet da mit drei Mann? hahaha warum kann ich Mogi nicht angreifen? weil ich nicht in der Arena bin Moment mal geht mal alle in die Arena und dann schauen wir mal wir haben okay da kommt der ist sowieso Rekuma, wo du auf der Gruppe gespielt hast haha ich sehe dich nicht, also beide kommen so hart auf mich zu nein, der Krieger würde dich nicht legen können und dich auch nicht, also aber ich kann den Arsch sein und ihn kicken oh nein ne das kann ich nur bei Thorsten bringen, aber nicht bei ihm ja, er geht selbst ich hasse diese Kopfnüsse von Churken Kuma, hör auf ich hasse diese Kopfnüsse von Churken ganz ehrlich ey, Kuma, du bist gestand hör auf, hör auf Fick dich hör auf Mogi ist da Mogi Mogi, alle auf Mogi los, Kuma auf ihn, nicht auf mich nein, Kuma ist in meiner Gruppe und Kuma weiß, dass wir euch zu zweit wohl legen vielleicht ja, was auch hör mal, aber du bist Mogi nein, was auch meine Summe fang ihr seid zusammen in einer Gruppe, kann es sein? ja, sehste ihr seid Arschliche Kuma, du bist voll der 31er Fick dich, 31er, fick dich, du bist kacke ihr findet mich nicht in der Arena, ich gehe die ganze Zeit umrum, könnt ihr nicht Kuma? ja 31 ich weiß nicht wieso kämpft ihr gegeneinander? danke, beide aber äh, hast du auch wieder recht das Spielart ist einfach nur ohne zu schreißen aber warum ich? warum ich? ich bin doch so jung manchmal sehen sollst du nicht ich sagst du nicht schnell ja, ich weiß ja, weil du mich aber auch nicht dauernd kriegst du auch noch meine Hilfe Ogi ja, ihr seid solche Thorsten äh, Kuma, ich bin Schocke Thorsten ihr sollt ihr am besten jetzt alle eure eigene Gruppe verlassen Thorsten heuleise komm her ich kriegste nicht du bist jetzt wieder draußen, oder? nö ich weiß, wo er steht, weil ich mit ihm in der Gruppe bin ja, und ich bin drin aber ich sag das nicht ich bin drin, du Idiot schau doch mal ja, ich weiß oooh ja, Mann, der Zauber ist doch nicht, Ben, okay ne der seid alle gemeint zu mir warum es ja immer alle auf mich geht ah ja weil du Scheiße was, ich bin besser als du ja, okay, dann machen wir ein vernünftiges Duell und das nicht am Rand der Arena und kann mir einer von euch beiden erklären, warum ich diese Scheißbeule überm Kopf habe? was? der Charakter hat halt einfach so einen schwebenden Mond oder so was über seinen Kopf schweben du? ja was ist das? das geht nicht weg wo läuft Liz eigentlich? keine Ahnung Liz! ja? wo bleibst du? hab sie gefunden ich hab sie gefunden, ich kann's allein hin guck mal, wo bist du? ne ne ich? ich bin schon wieder draußen achso ich war bereits dein Festgeber, mal gucken, was, mal gucken, was der so zum Angebot hat mein Name oh ne, der verpiss ich kummer ich? was hab ich dir getan? mich getötet? oh ja warte das ändert sich auch noch, Kollege, warte ab warte das wird ja noch was was auf, wie ich euch jetzt holen was auf was auf oh denn, wo bist du? über dir das ist jetzt ärgerlich, ne? meeee wer hätte hier auch wieder jemand gestanden? ich hätte ihn direkt mal okay, wer von euch ist für diesen Scheißpunkt über mir verantwortlich? nicht wieder einfach mal oben chillt warte mal kurz kann mal jemand diesen Scheißpunkt über mir weg machen? wer ist hier Gruppenleitung? und über mir auch ich seh keinen Punkt was labert ihr? Leute, auf was warten wir? wir sind alle vollständig es wird nur noch Liz, aber die ist doof oh, what the fuck wir sind alle kacken Hubs außer ich was lauter was hast du schon gemacht? jetzt hier braucht's Hilfe, ey ohne Scheiß jetzt bist du Gremlin, Alter die darf man nicht nach Mitte nach 14 ey also ich ja ich hab die coolsten Schuhe war meine Brennen ach, meinst du den kurz unter deinem Arsch? ja, genau den cool wieso verlässt er die Gruppe? ja ich hab gerelogged ich wollte diesen Punkt nicht mehr über mir haben ach so ja, mach den auch mal über mir weg dafür musst du reloggen, Kollege das sieht so schwul aus Mogi, das passiert Mogi, das passiert dir ist klar, dass ich dich jetzt in der Arena schubs, ne? was? ich, äh, schubs den jetzt in der Arena das heißt, ihr sollt am besten alle das wollte ich doch machen ihr seid doch dumm, ey dir ist aber klar, dass ich mit den anderen beiden in der Gruppe bin, oder? weiß nicht nein wieso? die 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 als hat von wem kommt dieser scheiß tote Dink hier Da ist noch niemand in der Arena Irgend so ein Kackbuch Ich will nicht laufen Hier ist in der Bellen-Arena außer Jonas Hör auf Jonas anzugreifen Hör doch mal auf mich anzugreifen, Junge Was ist denn mit dir? Jonas, du greifst mich auch an Und du belebst dich gleich wieder, das sehe ich Dein Name wird mir noch alles rot angezeigt Harold, du darfst dann aufhören, mich anzugreifen Harold, das bist du Ja Scheiße Ich denke, dass du so ein Kackwund, der einfach dazugekommen ist Ey, kannst du mal Bitte dein Vieh wegmachen Ich wusste nicht Ah, nee, ist egal, ist schon weggegangen Ach, du meinst das Vieh Du kommst mit mir in ein Team, wir hauen die weg Ja, komm, komm Harold und Kumar und ich Ich stehe ja noch in der Arena You don't, ey Der Feuerfurz-Schamane kommt Ey, hast du auch Feuer unterm Arsch, geil, ich auch Ey, geht mal jetzt in die Arena Nein, warte, lad nochmal alle ein und wir warten auf Lust und danach Okay, ich lade allein Mogi ist schon Nein, ich bin nicht drin, ich bin nicht drin, ich bin nicht drin Du bist drin Stell, schubs Mogi in die Arena Ich bin nicht drin Wieso bist du nicht drin? Gibt es hier keinen Fortstein irgendwo? Ne, doch Doch, gibt es Ey, warte, warte, hier Ey, Mann, Kumar, du Wollte zwei Leute eben draufklicken, bitte Ja, klick auf das Scheiß Ja, ne, der braucht heutzutage nur einen Portstein Das wird alles überbewertet, ne? Ja, echt Wer hat doch mich? Ach, dich will aber keiner Ey, Leute, wer ist Eragesus? Deine Mutter Jesus Hallo, Liz Wartet Teams, also, die müssen gerecht Ich würde sagen, die German and Night Gamer sind in einer Also ich, Harold und Liz Gegen Nein, nein, ich bin Nein, nein, ich spoll jetzt hier in der Ecke Leute, ich hab ne Idee Also ich krieg den Todesretter und Liz Nein, ich bin, ich bin Hallo, ich bin der Ich hab ne Idee, Leute Nein, ich bin der Schlechtes, ich bin bei Kuma Ja, okay, der Krieger ist bei Kuma, ich bin Todesretter Todesretter Wir sind fünf, Kuma, Kuma Okay, machen wir das so Hey, wer ist bei wem jetzt? Warte Warte Ich bin mit Harold inably Wer von euch ist klar Was? Nanananennene Und ihr und wir Nein Du Nein Okay, dann bin ich doch bei den Gut, dann bin ich doch bei den beiden Dank Warte, warte den Todesretter kommt in unser Team mit mir und stare kumar und du nimmst Ich habe noch Leute wollen wir alle gegen alle einfach rein Schnell schubst mogi in die arena er ist nicht in der gruppe Wo ist Liz? Wie viel sind wir? Wir sind jetzt fünf, Mann, zwei, drei, vier Ja, keine Ahnung Jetzt sind wir vier, weil Liz abgehauen ist Liz, wo willst du hin? Wenn du kommst, machen wir zwei Teams und ich würde sagen, Liz geht bei ihm ins Team, weil er einfach immer ist Liz Hm? Wo willst du hin? Weiß nicht, weg Leute, ich kann mich im Kreis drehen Ja, sonst lad den Typ mal ein, wenn er mir gleich geantwortet hat, falls ihr mal antwortet X-Rab X-Rab X-Rab, das ist Stefan Raab Genau, genau der Er hat sich nicht mehr alle Aaaaaaah Du stinkst Wiiiii Oh my god, scheiße Oh no, oh no, oh fuck, ihr seid alle in einer Gruppe Lass mich hier aus SBG Mist Das war lustig Er so, weiter, weiter, nein, ihr seid ja alle in einer Gruppe Huiiiiiii Sonst sind alle hier Uuuuiiii Uuuuiiiiiiii Level 87 Meh Torsten Komm und fang mich Oh, oh, mein, mein, nein Komm her Leute, du hast den Spaß in der Mitte, auf so'n Dino Uuuuiiii Uuuuiiii Wollen wir den snacken? Uuuuck Heaaaaaaaah G-komm, komm komm Was macht der da Uuu puede Macht das aus tras Uww Uuaaaaaaaaadadadada Ey, rat dein mal wer nicht gefunden haben ich kann mich alle mal am Arschlecken wer hat das gemacht aber gar nicht hier bleibt hier bleiben Mogi Mogi kann ich immer noch angreifen voll spiel voll spiel ich kann mal am Arschlecken hey du Pitta bleib mal hier stehen jetzt du Pitta Pitta jetzt hau ich ab ich hebe ab Leute also macht jetzt mal wirklich